Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler. Wir lernen heute wichtige Adverbien bei Richtungsangaben. Da hat auch so mancher Deutsche seine Probleme. Die Adverbien links, rechts, geradeaus. Das Adverb steht auf der linken Seite, das Beispiel auf der rechten Seite. Links, nach links. Beispiel, geh bitte die nächste links. Rechts, nach rechts. Beispiel, geh dann die übernächste rechts. Geradeaus, immer geradeaus. Geh dann 100 Meter geradeaus. Dort ist der Platz, der Ort, die Straße, das Haus. Hier, also hier bei mir, ganz in der Nähe. Das Buch liegt hier, hier auf dem Tisch. Da. Also oft verwenden wir heute hier und da Synonym. Da ist ein bisschen weiter entfernt. Ja, Peter ist da. Einen Moment bitte. Ich hole ihn. Dort. Dort ist jetzt weiter weg. Siehst, wo das Haus dacht? Das ist das Deutschkolleg. Das Zischenkolleg. Ich hole ihn. Juh 곳. Ich hole ihn. Ich bin heute früh. Da sind wir gut. Maft mit� Judge. Da ist erotan. Da ist geht O slaть.